Was ist das für uns? Sainz-Spin war ein sehr wichtiger Moment für mich. Das war mein erstes Spiel für THW Kiel und mein erstes Tor. Ich kann sagen, das war ein wichtiger Moment gegen Biedermann für mich. Was ist das für uns? Wir müssen weitermachen mit guter Abwehr. 6-0 und 3-2-1. Auch mit unserem Gegenstoß und Niklas und Antti gehalten. Das ist super. Dann wird dieses Spiel gut. Wir wollen die zwei Punkte gegen Biedermann unbedingt holen. Dieses Spiel ist sehr wichtig für uns. Das ist das letzte Auswärtsspiel dieses Jahres. Wir wollen dieses Saison enden mit Klasse.